Ja, eigentlich habe ich mir das auch anders vorgestellt. In diesen Tagen wird die Vutec AG 20 Jahre alt. Das hätten wir gerne mit euch zusammen gefeiert, aber es hat nicht sollen sein. Ja Kai, vor genau einem Jahr haben wir genau hier gesessen und die Weichen für die Zukunft der Vutec gestellt. Da war Corona noch gar kein Thema. Ich kann mich noch genau daran erinnern, Markus, wir hatten große Pläne, vieles haben wir durchgesetzt bekommen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war das Jahr? Wir haben in der Tat einige neue Projekte entwickelt, Kunden gewonnen und sind dementsprechend den Umständen entsprechend ganz gut durchs Jahr gekommen. Erzähl mal von ein paar Projekten, darfst du das, kannst du das? Ich darf alles, das ist ja ein großer Vorteil hier. Namen müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen, aber wir haben tatsächlich internationale Industriekunden gewinnen können, betreuen große Handwerkskooperationen, Verbände aus anderen Branchen, Wohnungsbaugesellschaften. Das sind viele Unternehmen, die auch gar nicht so in der ersten Reihe stehen oder die man oft Hidden Champions nennt. Und damit sind wir also wie gesagt den Umständen entsprechend ganz gut durchs Jahr gekommen und haben eine gute Perspektive und sind guter Dinge fürs nächste Jahr. Ich denke, darauf können wir schon mal anstoßen auch. Gerne Markus. Außerdem, weißt du ja, bin ich kein Mann vieler Worte und freue mich umso mehr, wenn wir auch schon jetzt nicht zusammen mit unseren Kunden, Partnern und Freunden feiern können, dass uns der ein oder andere Kunde eine Grußbotschaft geschickt hat. Schauen wir doch mal rein. Tolle Sachen dabei. 20 Jahre, das ist schon mal eine lange Zeit. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bei euch bedanken für die gute Betreuung und sage Toi 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 und auf die nächsten 20 Jahre. Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen FUTEC Jubiläum. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für die Markteinführung und eure Begleitung dabei von Formtechnik in Deutschland und für alles, was ihr für uns in diesem Jahr, in diesem spannenden Jahr geleistet habt. Wir danken dir und deiner Mannschaft für die hervorragende Zusammenarbeit im Jahre 2020. Bleibt alle gesund und bis nächstes Jahr. Wir möchten uns herzlich bedanken für die Zusammenarbeit bis hierhin. Das ist gute Arbeit. Weiter so alles Gute und noch mal einen herzlichen Glückwunsch. Ciao. Servus Markus. Alles Gute und Liebe zum 20-jährigen FUTEC Jubiläum dir und deinem Team und natürlich auch dein Papa, der das vor 20 Jahren gegründet hat. Sehr hoffen, dass wir noch 20 Jahre weiter zusammenarbeiten können und wünschen einfach noch einen tollen Tag und schöne Weihnachten. Liebes FUTEC AG Team, lieber Markus, sehr geehrter Herr Beesler, die Familie Sonntag und das gesamte SITLIFE Team möchte ganz ganz herzlich zum 20-jährigen Bestehen der FUTEC AG gratulieren. Ja, besondere Zeiten fordern besondere Maßnahmen. Daher unseren Glückwunsch auf diesem Wege leider nicht persönlich. Wir möchten uns ganz ganz herzlich Ich finde es eine super Zusammenarbeit, die nunmehr seit, ja, zwei Generationen oder vielmehr seit 20 Jahren besteht. Ich kann nur gratulieren im Namen von dir, lieben Hohenbruch. Du unterstützt uns wirklich in vielen Sachen. Ganz ganz tolle Arbeit. War ein schwieriges Jahr, aber dank dir haben wir tolle Sachen entwickelt. Danke Markus. Danke, liebes Team der FUTEC AG. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Jubiläum, liebe FUTEC AG. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Feiert schön und auf die nächsten 20 Jahre. Lieber Markus, herzlichen Glückwunsch zu eurem Firmenjubiläum und wir möchten Danke sagen für die tolle Zusammenarbeit, die wir in den letzten Jahren immer wieder bei euch erleben durften. Ja, wünschen wir euch alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute zu eurem 20-jährigen Jubiläum und bedanke mich für die wunderbare Zusammenarbeit, die wir glaube ich mittlerweile schon seit 18 oder 20 Jahren sogar zusammen haben. Lieber Markus Beesladen, wir vom Team Fischer und Schäfer Mobilien gratulieren euch zu eurem 20-jährigen Firmenjubiläum. Vielen Dank für eure professionelle Unterstützung und Betreuung mit vielen guten Ideen. Es ist eine schwierige Zeit gewesen dieses Jahr und ich bin froh, dass wir es, mein Sohn und ich, das einigermaßen gut geschafft haben. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass bei euch und bei Ihnen dieses Jahr einigermaßen zufrieden zu Ende geht und dass wir uns alle im nächsten Jahr wiedersehen. Ja, wir hätten unser Jubiläum gerne zusammen mit euch gefeiert, freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen, aber stoßen trotzdem schon mal auf euch an und danken für die gute Zusammenarbeit. Ja, das machen wir. Ich möchte mich natürlich nicht nur bei unseren Kunden und Partnern bedanken, sondern auch bei meinem Team, mit dem wir gut durch das Jahr und durch einen großen Teil der letzten 20 Jahre gekommen sind. Leider ist es uns nicht vergönnt, dass wir alle zusammen feiern. Trotzdem lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, auf das Jahr und auf den Erfolg der letzten Jahre gemeinsam anzustoßen. Kommt Leute, wir trinken ein. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch. Prost! Der Knaben bei der Körakademie Dortmund dankt Herrn Wesner und seiner Firma Flutec. Ganz besonders Herrn Pepenbrink für die gute Zusammenarbeit. Und sendet einen musikalischen Gruß aus dem weihnachtlichen Turnwärm. Das Wienerspiel in der Körakademie. Musik Musik Agenorum, Fenice, Adorimus, Fenice, Adorimus, Fenice, Adorimus, Ja, Amen.